Ich wollte euch heute mal den neuen Feierstarter 2.0 von Reitmar Feier vorstellen. Damit man besser begreifen kann, ich denke das ist eine sehr gute Sache. Dasselbe ist bei den Starterplättchen dabei. Das ist einiges kürzer geworden und dadurch handel ich ja auch gleich zu transportieren. Das klimpert nicht mehr so und man kann es halt besser anbauen. Die Funktion ist genauso gut wie bei dem alten. Mit dabei ist auch eine kleine Notpfeife, die ich sehr gut finde. Sie sind einfach geworden, als wir mal unterwegs waren und mussten dann bald Feuerholz suchen. Und dann liefen alle trotzdem her. Und durch die Pfeife kann man sich auch signalisieren, dass einer Feuerholz gefunden hat oder Plattbau usw. Und alle anderen kommen dann helfen anstatt alle quer durch gehen laufen. Und am Ende dann 5 ohne kommen und einer vollgepackt ist. Ja, ich finde gute Erneuerung, neue gute Verbesserungen und spreche damit meine Kaufempfehler aus. Bis später. So, jetzt werden wir mal sehen, wie der Feuerstatter zwei Punkte in seiner Arbeit macht. Es ist ja derselbe Material wie der Feuerstatter 1.0, aber trotzdem auch Spaß. Ja, ich bin gerade auf der Sophienhöhe. Es ist super super windig hier. Ich habe mir jetzt auf Steinen einen kleinen Windschutz gebaut, damit er nicht direkt durch die Gegend fliegt. Einfach wird es trotzdem nicht. Ich probiere es trotzdem mal. Ja, ich bin hier am Wetterradar. Und ja, ich hätte jetzt auch nicht auf die Schutzhütte gehen können. Aber es ist ein sehr schöner, sonniger Tag und sehr viele Leute unterwegs. Normalerweise lieber hier draußen. Wenn jemand noch mit mir Ärger anfangen würde. Ja, ich denke, bevor ich jetzt hier 10 Minuten euch zeige, wie das Feuer nicht angeht, und dann nehme ich mir jetzt ein bisschen Tampons an meiner Freundin, meine ich natürlich. Bis später. So, ich habe jetzt ein bisschen Watte reingemacht, nicht zu viel. Und die Birke habe ich drin belassen, weil die mir einfach mehr Zeit gibt, um mein Sbit 1 anzuzünden, weil die Watte unbehandelt einfach relativ schnell verpufft. Also, so gesehen, mein Sekundanzünder ist jetzt die Birke. So, ihr solltet eigentlich relativ gut funktionieren. Wie ihr seht, die wird sogar ausgeblasen hier. Ich komme mir auch noch ein bisschen vor. Ich komme hier um ein Schiff oder so. Wie ihr seht selber, wie das Wetter ist. Das tut noch nicht alles für den Tee. Ich komme hier um ein Schiff. Ich komme hier um ein Schiff. Aber ich würde mir jetzt mal einen Tee kochen, gegebenenfalls mit Wanderstöcken, mit Kränen. Wenn ich mir noch einen schönen Tag hier mache, das solltet ihr auch tun. Jetzt noch die schönen Tage, bald kommt der Schnee und ich freue mich schon auf die ersten Schneevideos. Bis später. Was ich persönlich sehr lustig finde, ist, die laufen hier abzuwandern und sehen, dass ich immer den Tee koche. Gucken mich an, als ob ich der super Umweltsünder wäre und ungefähr 200 Meter weiter hier ist ein Loch von 10 Quadratkilometern, was die RWE gemacht hat. Und das interessiert hier kein Arschloch. Und warum? Die gucken sogar immer noch hinter mir her. Ja, ich weiß nicht. Da sollte ich auch mal eine Schutzhütte aufbauen. Da dürfte ich auch mal vorher schauen. Naja, nur mal so ein Gedanke von mir. Ja, der Tee schmeckt sogar. Immer dran liegen. Die Platz bitte so verlassen, dass niemand sieht, dass hier jemals einer war. Wenn es nicht so ist, dann glaube ich auch noch einig. Da ist es, dann geht es ganz gut. Und da geht es unbedingt nach ganz viel Zeit, also im Moment an zu können. Vielen Dank.